Wir denken Möbel neu und das seit 100 Jahren. Unsere Garderoben, Schlaf- und Wohnmöbel fertigen wir im Einklang mit der Natur. Tradition und modernes Design gehen dabei Hand in Hand. Unsere mehrfach ausgezeichneten Möbel sind State of the Art. Jeden Baumstamm, den wir zu unseren Möbeln verarbeiten und restlos verwerten, wählen wir persönlich in den Wäldern der Region aus. Das geht so weit, dass wir nachvollziehen können, wo jeder einzelne verwendete Baumstamm gewachsen ist. Wir sind echt dankbar über den großen Zuspruch für unsere Arbeit. Aber mein Mann sagt immer, jeden Morgen steht es 0 zu 0. Um aus den Rohstoffen zeitlose Möbel zu erschaffen, arbeiten wir Tag für Tag mit Herzblut an unseren Konzepten. Wir bekommen häufig von Einrichtungsplanern das Feedback, dass unser variables Baukastensystem mit der stimmigen Farbauswahl total begeistert. Alle wesentlichen Produktionsschritte, angefangen mit dem Massivholzzuschnitt und der Furnierbearbeitung, finden hier in Riedberg-Bokel statt. Wir setzen dabei hochwertige und ressourcenschonende Trägerplatten für unsere Furnierer ein. Mithilfe modernster Maschinen und Leidenschaft für Holz decken wir die komplette Wertschöpfung ab. Wir verwenden Lacke, legen aber großen Wert darauf, dass sie umweltfreundlich sind. Der letzte Schritt vor dem Versand ist die Endmontage. Und das ist ganz wichtig zu sagen, dass wir einfach Einzelstücke machen. Unser Herz schlägt für Produkte, mit denen Menschen jahrelang leben. Wir bieten echten Freiraum für Gestaltungsmöglichkeiten. Und wir legen viel Wert auf eine regionale und nachhaltige Produktion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017